Du fragst dich natürlich, warum ich dich heute Nacht hierher bringe. Nach all den Jahren stelle ich ehrlich gesagt nicht mehr so viele Fragen. Nimm meinen Arm. Harry, darf ich vorstellen? Professor Horace Slughorn. Ich habe hier einen ganz besonderen kleinen Zaubertrank. Er verursacht äußerst starke Verliebtheit oder Besessenheit. Ich bin zu, in sie verknallt. Es ist ja gut, du bist in sie verknallt. Hast du dich schon mal mit ihr getroffen? Nein. Kannst du mich ihr vorstellen? Verborgen in der Vergangenheit lauert ein düsteres Geheimnis. Du siehst hier Erinnerungen. Dies ist die wichtigste Erinnerung in meiner Sammlung. Und jetzt raus hier und zwar so fest! Sie ist gleichzeitig eine Lüge. Und nur er. Du bist der Auserwählte, Harry. Kann die Wahrheit ans Licht bringen. Hey, sie interessiert sich nur für dich, weil sie denkt, du wärst der Auserwählte. Aber ich bin der Auserwählte. Entschuldige, er sollte... ...ehm... ...ein Scherz sein. Warner Brothers Pictures präsentiert. Ohne diese Erinnerung ist das Schicksal unserer Welt dem Zufall überlassen. Ja! Du darfst nicht scheitern. Du brauchst uns, Harry. Wehren Sie sich, Sie Feigling! Harry! Der Auserwählte! Untertitelung des ZDF, 2020